Ich will zu dieser eine Stelle kommen, in der ich euch zeigen kann, wie es gelaufen ist. Ich bin ja, ich kann das jetzt beweisen, wenn ich es schaffe. Fuck yeah! Tete, 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 springen wir alle, springen wir alle. Yeah! Was geht, Leute? Mein Name lautet Deni... Tüßte! Viel Spaß mit mehr The Impossible Game. Alles klar, Leute, ich schaff das jetzt in einem Lauf. Dann wette ich mit euch. In einem Lauf, okay? Der erste Lauf, der wird gleich klappen. Abgemacht, okay? Sagen wir, wenn ich gewinne, dann kriege ich 20 Snickers Eis und ihr nur eins, okay? Und wenn ihr gewinnt, dann... Oh, war knapp, war knapp, war knapp. Aber Leute, ich schaff das jetzt im ersten Lauf, Alter. Ich hab das so ein Gefühl, ich hab so ein Gefühl. Ich werd das jetzt im ersten Lauf schaffen und dann werd ich euch zeigen. Okay, keine Panik, Leute. Keine Panik auf die Titanic. Sieht ziemlich knapp aus im Moment. Wow, 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 wow. Oh, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Oh, nein, alles wird gut. Deni, du musst an dich glauben. Oh, nein, dein Zacken. Nein! Alles, Leute, ich hab die Wette verloren. Das heißt also, ihr bekommt die 20 Snickers Eis und ich ein. Boah, ich hab das Gefühl, gleich kommt wieder die geile Musik. Konzentrier dich, Danny. What? Langpenis. Du kannst es schaffen, Shada. Hey, Shada. Glaub an dich und deinen langen Penis. Dann wird es so wie du es dir vorstellst. Dann kannst du es schaffen. Werde zum Super Saiyajin. Da, 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 du kannst es schaffen, wenn du nur willst. Komm schon, Danny, die Leute halten alle steif für dich. Du musst die Leute überzeugen, dass du das Spiel jetzt auf hast. Yeah. Ich werde es euch jetzt zeigen. Denn ich werde das Level 1 jetzt beenden. Heißt ich nicht eigentlich der Level? Das, der ist doch egal. Der Artikel. Scheiß auf den Artikel, Mann. Das Einzige, was zählt, ist, dass ich das Spiel jetzt beenden werde. Dann haben wir wieder Weizsacken. Weizsacken. Danny. Wieso nah warst du immer so ne Scheiße, wenn du das Spiel spielst? Das Spiel spielst. Das Spiel spielst. Die Leute halten dich für einen behinderten Jung. Damit haben sie nicht ganz Unrecht. Aber ist doch egal. Denn ich will jetzt paar YouTuber grüßen. Was ist denn zum Beispiel? Den, Giorgio, das Biest. Und noch viele andere. Nee, eigentlich ist das war es eigentlich. Ja, das war es definitiv. Und jetzt werde ich es schaffen. Das Spiel ist schwer. Ich sag dir gleich, was schwer ist. Mein Penis ist schwer. Hahaha. Flachwilz. Danny, du kannst es schaffen, konzentriere dich jetzt. Es geht wieder los. Meine Gänsehaut kommt wieder hervor. Ja, ich kriege immer Gänsehaut. Was heißt das auf Gänsehaut? Haut. Maut, haut laut. Yeah. Ich will zu dieser einen Stelle kommen. In der ich euch zeigen kann. Ich bin ehrlich, ich kann das jetzt beweisen, wenn ich es schaffe. Fuck yeah. Wuhu. Tete, 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 tete. Springen wir alle, springen wir alle. Yeah. 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 Oh, was ist das? 3, 2, 1. Los geht's wieder. Yeah. Yeah. Jetzt kann ich es schaffen. Komm, Danny. Du bist der einzig wahre. The impossible game Spieler. Du musst einfach nur A drücken. Vielleicht ist das überhaupt. Ich werde das Spiel spielen, bis ich alle 4 Level endlich geschafft habe. Ihr denkt, das wäre ein Problem für mich? Ich zeige euch den Mittelfinger. Denn, das ist kein Problem für mich. Die Hater hassen mich. Und ich gebe einen Fick auf sie. Denn, ich spiele das beste Spiel der Welt. Und im besten Spiel der Welt bin ich der beste Spieler der Welt. Und das war mein Style des Singens. Hey, das hört euch mal an, wie ich das jetzt schaffe. Denn, ich bin der Hater und ich hasse dich. Oh, du bist so scheiße. Ohne Scheiße, du bist der größte Nachmacher. Machst jedem nach. Du bist so ein Hater. Die Hater schauen mir jetzt zu. Hallo Danny, ich bin der Hater. Ich bin der größte Nachmacher in der Welt. Die Hater wollen mir sagen, dass ich gar nichts kann? Stimmt. Stimmt natürlich nicht. Danny, konzentrier dich jetzt. Du wirst es schaffen, wenn du dich wirklich auf das Spiel mehr konzentrierst als auf deinem Sand. Yeah. Das ist das beste Lied, was ich jemals gehört habe. Glaubt mir das, Leute. Ich kann es jetzt schaffen, nur ich muss die 3-Zack-Unden gewinnen. Komm schon, Danny, Konzentration. Haltet bitte alle steig. Bitte, Leute, haltet nicht durch. Ich will nicht aufhören, Danny. Ich hoffe, du springst, Danny. Überleg dann, was du machst. Überleg, was du machst. Du bist ein Hater? Wieso schaust du überhaupt meine Videos an? Ich meine, du hast gar nichts verdient. Diese Emotionen beim Spielen zu sehen. Das sind wahre Emotionen. Die hast du vielleicht bei Call of Duty. Spiel mal The Impossible Game. Du kannst es schaffen. Ja, genauso wie ich es gerade geschafft habe, über 3-Zacken zu springen. Das schaffst du niemals in deinem Leben. Denn ich werde es nochmal machen. Ich zeig's dir. Es erinnert mich an den Song von Crow. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Okay, Danny, langsam wird es Zeit, Level 1 zu beenden. Ich denke auch, es wird langsam Zeit, Level 1 zu beenden. Ich werde es jetzt definitiv schaffen. Zeit für ein neues Ründchen. Versuch 32. 32 ist meine Lieblingszahl. Und deswegen schaffe ich es bei Versuch 32. Das ist ne komische Logik, ich weiß. Aber was soll man machen? Danny, du kannst es schaffen. Du kannst sogar über 3-Zacken nicht springen. Okay, Leute, singt alle mit. Wir werden es den Hatern jetzt zeigen, wer die Bösse sind. Und zwar sind das die Stickers Eis. Meister der Meisters. Ist ja auch vollkommen egal, denn hier geht es um den Spielspaß. Ja, endlich können wir es schaffen. Ja, Danny, konzentriere dich. Oh, Leute, ich habe es wieder geschafft. Ich habe es wieder geschafft. Oh mein Gott, jetzt muss ich noch die Nächsten überwinden. Jetzt muss ich noch den übernächsten überwinden. Komm, Danny. Komm, Danny. Ja, Danny. Ich liebe deine Muskeln. Ich liebe deine Muskeln. Ja. Oh, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Danny, du musst das kürzesteitieren. Jetzt musst du das kürzesteitieren. Jetzt ist Konzentrationszeit. Hör auf zu singen, Danny. Hör auf zu singen. Hör auf zu singen. Deine Nachbarn kommen gleich. Dann beschweren sie sich. Danny, was singst du zu Hause? Ich meine, du kannst doch gar nicht singen. Ich sage nur, schau dich mal an. Du bist einer von diesen Hatern. Diese Hater, die mich gar nicht interessieren. Deswegen knappe ich die Tür zu. Spiele weiter und bin dann weit gekommen. Genauso wie jetzt nicht. Oh, Leute, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Boah, habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, jetzt kann ich es schaffen. Ja, ich glaube, ich werde es schaffen. Ja, habe ich doch gesagt. Ich werde es schaffen. Und jetzt merke ich die Situation, Danny. Jetzt aber wirklich. Okay, Danny. Jetzt kannst du es schaffen. Jetzt schaffst du es. Ja. Fuck yeah. Keine Panik, Leute. Ich bin wieder da. Ja, ich habe es mal wieder geschafft. Die Dye-Würfel zu überbinden. Ich meine, das sind Dye-Ecke. Ich bin natürlich der... Los geht's jetzt. Bist du endlich wieder da an deinem Ziel. Ja, du hast es mal wieder geschafft. Du bist der beste Rapper ever. Die Leute beneiden dich für deine Rap-Kollega. Safari Bang und Haftbefehl A wollen doch alle so sein wie du, Danny. Jeder will so sein wie du, Danny. Jeder will so cool sein. Und so geile Hater haben. Die raten einfach nur rund um. Aber das juckt mich nicht. Denn ich werde das Spiel jetzt zu Ende bringen. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Jetzt muss es nur noch gleich klappen. Jetzt muss es nur noch einmal klappen. Jetzt muss es nur einmal klappen. Hat es aber nicht. Okay, Leute. Ich wäre dafür, dass ich bis Level 70 spiele. Bis zu Versuch 70. Und dann ist es okay. Dann... Okay, Danny. Lutz die letzten Versuche. Du bist endlich wieder da, ja? Und du kannst... Nein. Nur noch drei Versuche. Es wird Zeit, um euch zu zeigen, wie man so ein Spiel überhaupt spielt. Wisst ihr das eigentlich, wie man das spielt? Nee, wisst ihr nicht? Die Frage ist nicht, was ihr wisst, sondern was ihr nicht wisst. Komm schon, Danny. Jetzt endlich. Komm schon. Ja. Oh Mann, nur noch zwei Versuche. Noch zwei Versuche. Ein Versuch. Ein Versuch. Ihr müsst mir alles so versprechen. Es ist egal, was passiert, okay? Ihr werdet bis dahin alles steif halten. Los geht's. Okay, wisst ihr was? Ich mache noch einen letzten Versuch, okay? Aber nur, weil ich... Äh, ich habe gerade gesprochen. Das zählt ja nicht. Okay, das ist jetzt wirklich der allerallerletzte Versuch. Und wenn ich das nicht schaffe, da gibt es für einen ganzen Tag kein Stickerseis. Es gibt für einen Tag kein Stickerseis. Danny, behalte das in deinem Hinterkopf, okay? Für einen ganzen Tag kein Stickerseis. Versuch 71. Easy, locker, flog dich aus der Hüfte. Werde ich dich jetzt schaffen? Danny, wirst du einfach ein bisschen konzentrieren, dann schaffst du es locker, flog dich aus der Hüfte. Du kannst es schaffen. Leute, ihr haltet alle steif, oder? Ihr haltet alle steif. So, jetzt klappt es nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, das wird klappen. Ich habe wirklich das Gefühl, das wird jetzt klappen. Okay, der allerallerletzte Versuch hier ist, Leute. Der allerallerletzte Versuch. Ich bin nicht süchtig, ne? Okay, jetzt aber der wirklich allerallerletzte Versuch. Also der wirklich allerletzte. Also ich meine jetzt, der allerallerletzte. Also der wirklich allerletzte jetzt. Ja, definitiv der allerletzte. Ja, das wird definitiv... Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es der allerletzte Versuch hier sein wird? Habe ich schon, ernsthaft? Das wird übrigens der allerletzte Versuch. Ja, der allerletzte Versuch. Okay, okay, jetzt geht's los. Du kannst es nicht jetzt schaffen. Es ist der allerletzte Versuch. Ich bin der Last of Us. Ich kann es schaffen. Meine Fans glauben an mich. Die Hater glauben nicht an mich. Wird der Hater zuwachstark sein? Das werden wir jetzt herausfinden. Danny, du kannst es nicht schaffen. Yeah! Die Fans halten im... Okay, das ist wirklich der allerletzte Versuch, okay? Der allerletzte Versuch jetzt. Okay, ich verspreche euch jetzt, okay? Ich verspreche euch jetzt, dass das hier... Also jetzt dieser Versuch hier. Ich verspreche euch, dass dieser Versuch... Der vorletzte sein wird. Aber jetzt verspreche ich euch, dass dieser Versuch der letzte sein wird. Jetzt ohne Scheiße. Jetzt verspreche ich euch das. Versprochen, okay? Bis Level 8. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs zu Ende schauen des Videos. Und wenn dir das Video gefallen hat, wieso lässt du nicht einfach einen Daumen nach oben da? Damit unterstützt du mich mehr, als du nur denkst. Außerdem kannst du in die Kommentare schreiben, was du von diesem Spiel hältst. Ich werde das Spiel zu Ende spielen. Alle vier Level, alle zu Ende spielen. So lange mache ich weiter mit dem Spiel. Ich bedanke mich nochmal fürs zu Ende schauen. Und ganz wichtig, wenn du das Video jetzt zu Ende geguckt hast, vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du nie wieder was in Zukunft auf dem Kanal verpasst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und unterstützt mich auch sehr. Und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Und deswegen sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.